Musik 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 Laden Musik So. Hoch mit dir. Da. Geht doch. Haben wir nie Frachträume. Ich hab vergessen, vor den Frachträumen zu speichern. Nein. Okay. Hier kann ich noch speichern. Gut, gut. Sind jetzt hier wieder alle Gegner da? Nein, sind sie nicht. Gut, das bedeutet, ich muss einfach weiterlaufen. Doch. Ah. Äh, nein. Feuerelementar, bitte. Oder Frostelementar. Was ist besser? So. Leistende Funke. Zack. Zack. Äh... Hallo. Ich hasse diese Viecher. Nein! Es ist immer noch schwer gegen die anzukommen. Stop! Cue Kettenblitz. Reben-Synergie. Zack. Zack. So. Alle weg. Speichern. Eterna wird Schild des Widerstands. Jut, Jut. Eure Fähigkeiten reichen nicht aus. Wirklich nicht? Ich hab doch jetzt... Ne? Ich müsste doch jetzt meine Meistersachen beisammen halten. Ja, Mann. Haha. Oh. Ja, super. Okay. Okay. Das gibt es doch nicht. Wo ist denn jetzt... Der Punkt. Ich habe keine Ahnung. Wo der Punkt ist, wo man... Ach. Ich mache den langen Umweg. Ich mache den langen Umweg. Vorher natürlich einmal speichern. Feuerelementer. Und... Fokus natürlich. Fokus. Jetzt setzen wir hier den Feuerelementer rein. Kettenblitz. Aua! Hey! Nein! Verdammt nochmal! Es ist ja immer noch schwer. Also... Äh, ne nicht Flammenbiss. Feuerelementer. Und... Feuerelementer. So. So. ... So. ... Woh. Ja, kommt vorbei. Hallo. Ah. Ich kümmere dich mal da drum. Geh doch. Boah, Mann. Diese Scheiß-Typen da. Ich hasse sie. Ich hasse sie abgrundtief. Zack. Zack. Der Feuerelementer. So, viel Spaß damit. Leistender Funke. Danke. Hier. Ich war das doppelte. Ich hab das. Ich hab das. Nein. Oh shit. 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 Ja. Einmal kurz. Nice. Nein. So. So. Da. Kümmert euch. Und den Typen da. Geht doch. Oh. Meine Güte. So. Speichern. Weiter runter hier. Der fehlt noch. Einer oder zwei. Mächtiger Seelenstein. Schön. 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 Weiter abwärts speichern. So. So. Ich war schon mal hier drinnen. Wir müssen nämlich jetzt. hier unten in die Quartiere. Und da gibt es nämlich das nächste was wir brauchen. so. So.